Wir wollen uns jetzt die numerischen Verfahren ein bisschen genauer anschauen und dazu wollen wir zunächst mal auch mal auf das Eulische Polygon zu verfahren schauen. Das war von der Form yk plus 1 gleich yk plus h mal f von tk und yk. Wenn wir hier nochmal auf unser Diagramm vom letzten Mal schauen, dann die Form ist irgendwie klar, die nächste Näherung berechnet sich als die letzte Näherung plus hier vorne so ein Korrekturterm und der Korrekturterm ist hier vorne gerade h mal f von tk und yk. Wir wollen allgemeine numerische Verfahren betrachten, die genau diese Form haben und zwar die Form, die wir in Zukunft immer untersuchen werden ist, ein Verfahren ist gegeben in der Form, nächste Näherung als yk plus 1 ist rekursiv definiert als yk plus h mal irgendein Ausdruck phi und in diesem Ausdruck phi dürfen vorkommen unsere Funktion f, diese tk's, die yk's, vielleicht sogar das gesamte Gitter ih und so weiter. Das heißt, das ist die allgemeine Form, die wir demnächst untersuchen wollen und dieser Ausdruck phi, der da hinten steht, ich mache hier extra mal gar keine Funktion, gar keine Parameter dahin, das Ding heißt auch Verfahrensfunktion. Das ist hier jetzt zunächst mal noch sehr allgemein, aber wenn wir nachher das konkretisieren werden, dann wird's hoffentlich sehr viel klarer werden. Okay, gut, kleine Bemerkung, in diesem ganzen Abschnitt werde ich jetzt erstmal nur äquidistante Gitter betrachten und das heißt insbesondere, ich spare mir hier immer so ein hk da dran zu schreiben, ja, wir betrachten eben nur äquidistante Gitter und das heißt also, alle Abstände sind gleich und die grundsätzliche Abstände zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten sind eben gerade h. Okay, gut, was fällt uns dann erstmal ein? Naja, also erstmal, wie sind wir hier vorne vorgegangen? Wir haben das y1 ausgerechnet, indem wir irgendwie hier vorne das y0 verwendet haben. Das heißt also, das war eine Funktion, wo eigentlich nur dieses y0 und natürlich die Stelle, wo das y0 tatsächlich ausgewertet wurde, nämlich das a, tatsächlich eingegangen ist in unser phi. Das heißt also, hier vorne, wenn wir beim y2 waren, was haben wir da gemacht? Naja, wir haben das y2 berechnet als y1 plus, ja, einen Term, wo drin vorkam, das y1 hier vorne, das t1 hätte meinetwegen auch noch drin vorkommen können und noch das h. Das heißt also, die allgemeine Form wäre sowas wie yk plus 1 gleich yk plus h mal irgendein Ausdruck, in dem vorkommt das tk, das yk und das h. Ein solches Verfahren nennen wir ein explizites Einschrittsverfahren. Explizit deshalb, weil das hier wirklich eine explizite Zuweisung ist, ja, also ich rechne die rechte Seite hier vorne einfach aus, alles was da steht, habe ich bereits, das kann ich ausrechnen und weise ich dem yk plus 1 zu, das heißt, es ist eine explizite Anweisung, was zu tun. Dann, warum heißt es Einschrittsverfahren? Naja, wenn wir das y2 hier vorne berechnen, dann benutzen wir beim Euler'schen Polygonzug und eben in allen Einschrittsverfahren nur den letzten Schritt hier vorne. Wir benutzen also nur das y1, um diese Korrektur hier vorne auszurechnen. Okay, das heißt, das ist mit Recht ein explizites Einschrittsverfahren. Wenn es explizite Verfahren gibt, dann sollte es wahrscheinlich auch implizite Verfahren geben und tatsächlich, die gibt es auch. Ich könnte zum Beispiel hier vorne, wenn ich das y1 ausrechne, zulassen, dass in diesem Phi, in diesem Ausdruck, der hier vorne steht, dass da das y1 auch selbst nochmal drin vorkommt. Ja, da steht dann sowas wie hier y1 ist y0 plus und dann steht hier ein Ausdruck, in dem vorkommt das t0, das y0, das ist gut, die beiden kenne ich, und das y1 und das h. Okay, jetzt haben wir also das Problem, dass das y1 sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite tatsächlich auftaucht und das heißt, das ist keine explizite Zuweisung mehr, die hier steht, sondern das ist eine Gleichung, aus der ich das y1, beziehungsweise im allgemeinen Fall das yk plus 1 erstmal ausrechnen muss. Ein solches Verfahren heißt implizites Einschrittsverfahren und wir sehen, dass für einige Probleme, werden sehen, dass für einige Probleme diese Verfahren tatsächlich attraktiv ist, obwohl es zunächst mal so aussieht, als wäre das relativ unsinnig. Ich muss ja zusätzlich hier noch jedes Mal eine Gleichung lösen, aber tatsächlich, das macht manchmal Sinn. Dann, wenn es Einschrittsverfahren gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch Mehrschrittsverfahren. Was ist die Idee dabei? Na ja, schauen wir uns an, wie beim Euler-Verfahren hier vorne das y2 ausgerechnet wird. Dabei wird nur das y1 benutzt, ja, und zur Berechnung des Korrekturterms wird hier vorne nur das h mal f von t1,y1 benutzt. Das heißt, wir blenden komplett aus, dass wir ja hier vorne auch noch so ein y0 haben, dass uns ja vielleicht auch ein bisschen was tatsächlich über das Aussehen der Kurve, über die Form der Kurve aussagen könnte. Das heißt, es könnte ja eine Idee sein, vielleicht dadurch ein bisschen was einzusparen, indem man bei der Berechnung des y2 hier vorne nicht nur das y1 benutzt, sondern auch das y0, das ja auch nur gewisse Informationen liefert. Das heißt also, bei Mehrschrittsverfahren nehme ich, na ja, ein paar alte Approximationen, die ich hier vorne habe, nehme ich noch zusätzlich mit tatsächlich in diese Gleichung, in diesen Ausdruck mit auf. Das heißt also, wenn ich y2 ausrechnen will, darf ich nicht nur das y1 benutzen, sondern ich darf zum Beispiel auch y0 und y1 benutzen. Entsprechend, wenn ich y3 ausrechnen will, dann benutze ich nicht nur das y2, sondern ich benutze gleichzeitig noch das y1 mit, und die Hoffnung ist, dass ich dadurch tatsächlich bessere Approximationen bekomme. Okay, gut, ein solches Verfahren ist erstmal explizit, weil wieder das yk plus 1 auf der rechten Seite nicht auftaucht. Das heißt also, wenn ich hier vorne das y3 ausrechnen will, na ja, dann benutze ich ein paar alte Iterationen, die sind alle schon da, diese tk's hier vorne, die kenne ich sowieso alle, ja, und das heißt, das ist mit Recht ein explizites Mehrschrittsverfahren. Wenn es explizite Mehrschrittsverfahren gibt, dann gibt es auch wohl noch implizite, und da mache ich genau das, was ich vorhin auch bei den Einschrittsverfahren gemacht habe. Ich kann natürlich das yk plus 1 hier zusätzlich auch nochmal auf die rechte Seite schreiben, dann habe ich hier keine Zuweisung mehr, denn ich kann die rechte Seite nicht einfach ausrechnen, sondern dann steht hier eine Gleichung, und um das yk plus 1 rauszubekommen, um das yk plus 1 auszurechnen, muss ich tatsächlich extra nochmal eine Gleichung lösen, und diese Verfahren nennt man auch implizite Mehrschrittsverfahren. Wir werden uns jetzt am Anfang erstmal auf den einfachsten Fall konzentrieren, das heißt explizite Einschrittsverfahren, das heißt also alle Verfahren, die wir jetzt am Anfang untersuchen werden, sind wirklich von der Form yk plus 1 gleich yk plus h mal phi von tk, yk und h. Wenn Ihnen das im Augenblick noch ein bisschen unklar ist, wir werden das nachher in einigen Beispielen uns genauer anschauen. Okay, gut, also, bevor wir das aber machen, wollen wir uns noch einen zusätzlichen Begriff überlegen, den wir gleich bei den Beispielen benutzen werden. Erstmal die Form der expliziten Einschrittsverfahren ist also jetzt yk plus 1 gleich yk plus h mal phi von tk, yk und h, für irgendeinen Ausdruck phi. Okay, unser yk plus 1 ist eine Näherung von y von tk plus 1. Unser yk ist eine Näherung von y von tk und unser yk hier ist natürlich ebenfalls eine Näherung von y von tk. Das heißt also, wie müssen wir unser phi wählen, damit das Ganze vernünftig ist? Naja, also es sollte natürlich möglichst diese Gleichung erfüllt sein, wenn ich jetzt mal hier die echten Approximationen einsetze. Das heißt, wenn ich jetzt für das yk plus 1 mal das y von tk plus 1 einsetze, also y von tk plus h, für das yk das y von tk und für dieses yk auch das y von tk, dann sollten diese beiden Seiten, die hier stehen, möglichst gleich sein. Okay, das sind sie wahrscheinlich nicht. Also ich habe hier vorne durch das h geteilt, ja, das ist also klar, wie ich das phi wählen muss. Ich muss es im Grunde so wählen, dass diese Gleichung hier vorne exakt erfüllt ist oder zumindest approximativ erfüllt ist. Wenn die Gleichung nicht genau erfüllt ist, dann nennen wir den Unterschied zwischen diesen beiden Termen den Konsistenzfehler. Ja, das heißt, also das ist im Grunde der Fehler, den ich mache. Angenommen, mein yk war noch korrekt, mein yk war das y von tk, dann ist das y von tk plus 1 nicht mehr genau das yk plus 1, weil diese Gleichung hier vorne nicht genau erfüllt ist und den Unterschied zwischen diesen beiden Seiten hier vorne, den nenne ich den Konsistenzfehler. Das wollen wir genau definieren und zwar wollen wir das nicht nur für die Lösung des Anfangswertproblems definieren, sondern wir wollen es tatsächlich definieren für jede Lösung der Differenzialgleichung. Das heißt also auch für Lösungen, die nicht notwendig die Anfangsbedingung erfüllen. Sei also jetzt y irgendeine Lösung der Differenzialgleichung, dann bezeichne ich mit Tau h von t und y von t genau diesen Term, also genau diese Differenz, die ich da oben hingeschrieben habe, nämlich y von t plus h minus y von t geteilt durch h minus phi von t, y von t und h. Und uns ist auch schon klar, naja, das Verfahren ist umso besser, je kleiner dieser Fehler im Betrag, je kleiner dieser Fehler, der hier vorne steht, im Betrag tatsächlich ist. Okay, dies ist auch der Konsistenzfehler eines Verfahrens an der Stelle ty von t und auch da werden wir gleich ganz viele Beispiele dazu rechnen und dann wird das sehr viel klarer werden. Genau wie vorhin bei der Konvergenz möchten wir hier natürlich jetzt auch so ein globales Kriterium haben. Ein allgemeines numerisches Verfahren heißt konsistent, falls das Supremum über alle Tau h von t und y von t und das nennen wir auch gerne die unendlich, ist offensichtlich die unendlich Norm von Tau h, falls die gegen 0 geht für h gegen 0. Das heißt also, wenn ich hier vorne das h immer kleiner wähle, dann wird das Gitter immer genauer, dann würde ich natürlich erwarten, dass meine Approximation immer besser wird und ich würde erwarten, dass dieser Konsistenzfehler hier vorne gegen 0 geht und tatsächlich, wenn das der Fall ist, dann nenne ich das Verfahren konsistent. Okay, ein Verfahren heißt entsprechend, wie bei der Konvergenz, konsistent von der Ordnung p, falls wir diesen Fehler Tau h auf einem, falls wir diesen Fehler Tau h, diese unendlich Norm des Fehlers Tau h, also die Konsistenzfehler abschätzen können, durch ein Groß O von h hoch p. Okay, worin könnte der Sinn dieses Konsistenzfehlers liegen? Naja, also schauen wir nochmal ein bisschen einmal zurück. Dieser Unterschied, den wir hier vorne jetzt hingeschrieben haben, das ist so ein bisschen das, als wir am Anfang das Euler'sche Polygonzugverfahren eingeführt haben, da habe ich gesagt, naja, auf der rechten Seite des Intervalls, da haben wir ein Problem, weil an dieser Stelle nicht nur der Fehler dadurch entsteht, dass wir die Kurve durch ihre Tangente ersetzen, sondern, naja, so diese ganzen akkumulierten Fehler von links, die kommen ja noch mit dazu. Und ich habe da auch gesagt, unsere Idee wird sein, diese beiden Fehler zu trennen, nämlich einmal den Fehler, der von links kommt, der dadurch entsteht, dass ich schon ganz viele Schritte gemacht habe und diese Schritte schon alle falsch waren. Und dann kommt noch ein Fehler dazu, nämlich genau der Fehler, der wirklich in diesem Schritt dadurch entsteht, dass ich wirklich die Kurve durch ihre Tangente ersetze. Okay, jetzt haben wir diese beiden Fehler und ich habe damals auch gesagt, naja, die Idee wird sein, diese beiden Fehler, die wir da haben, zu trennen. Und jetzt sehen Sie, dass wir genau das hier gemacht haben. Und wir nehmen praktisch an, an irgendeinem Schritt im Verfahren sind wir noch an der richtigen Stelle. Das heißt, wir ignorieren mal, dass wir schon ganz viele Fehler gemacht haben bis zu diesem Punkt und wir gucken uns nur mal an, wie groß ist denn der Fehler, der jetzt an dieser Stelle entsteht. Deshalb bezeichnet man diesen Fehler auch als den lokalen Diskretisierungsfehler im Unterschied zum globalen Diskretisierungsfehler, weil das der Fehler ist, der wirklich an dieser Stelle entsteht, dadurch, dass ich einfach die Kurve durch eine Approximation ersetze. Okay, gut. Bevor wir uns jetzt die Beispiele anschauen und dann hoffentlich alles sehr viel klarer wird, wollen wir noch ein ganz kurzes Lemma, das wir brauchen, uns überlegen. Naja, also hier vorne sind ja jetzt irgendwelche Lösungen der Differenzialgleichungen, die im Kegel liegen. Das ist also eine Lösung der Differenzialgleichung, das hätte ich hier vielleicht noch dazu sagen, die soll ganz liegen, die soll, das Y soll im Kegel liegen. Also der Graph von Y soll im Kegel liegen. Okay, sei Y irgendeine Lösung der Differenzialgleichung, die in unserem Kegel liegt. Was können wir über so eine Differenzialgleichung, was können wir über so eine Lösung tatsächlich aussagen? Ich behaupte, zum Beispiel können wir aussagen, wenn das F stetig differenzierbar ist, dann ist die zweite Ableitung der Lösungen nach oben beschränkt, unabhängig von der Lösung Y. Okay, das heißt also, ich behaupte, wenn F stetig differenzierbar ist, dann gibt es eine Konstante C, sodass die zweite Ableitung von Y kleiner gleich C ist für alle Lösungen Y der Differenzialgleichung, die ganz im Kegel liegen. Okay, also erstmal ist gar nicht klar, dass diese Funktion Y überhaupt eine zweite Ableitung besitzt, denn wir setzen für Lösungen der Differenzialgleichung natürlich eigentlich immer nur voraus, dass die einmal differenzierbar sind. Aber es gilt natürlich, naja, das Y erfüllt die Differenzialgleichung. Das heißt, es gilt Y' von T ist F von T und Y von T. Okay, das heißt, das Y' von T ist gleich, naja, wir wissen, dass F ist differenzierbar. Das heißt also, wie differenziere ich dieses F hier nach T? Das heißt, diese implizite Differenziation, die wir, glaube ich, auf dem ersten Übungsblatt mal gemacht haben, das ist die Ableitung von F nach der ersten Variable, also DF nach DT, an der Stelle T und Y von T, plus die Ableitung von F nach der zweiten Variablen, das ist das, ist DF nach DY und ich nehme mal diese vereinfachte Darstellung hier dafür, an der Stelle T und Y von T mal die innere Ableitung. Ja, und die innere Ableitung hier vorne ist Y' von T, aber da Y die Differenzialgleichung erfüllt, ist das nichts anderes als F von T und Y von T. Okay, schauen wir uns jetzt an, was ist mit der Unendlich-Norm der zweiten Ableitung? Naja, die ist dann sicherlich kleiner gleich der Unendlich-Norm der Ableitung von F nach der ersten Variablen, plus die Unendlich-Norm von F nach der, die Unendlich-Norm der Ableitung von F nach der zweiten Variablen, mal die Unendlich-Norm von F. Ja, und genau das ist so eine Konstante, die ich da oben tatsächlich behauptet habe. Das heißt also, wenn ich irgendeine Lösung der Differenzialgleichung habe, die ganz in KM liegt, dann gilt, dass die nach oben beschränkt ist, betragsmäßig durch eine Konstante C. Und wir können diese Konstante sogar explizit angeben. Dieses, das, was wir gerade gemacht haben, das kann man nicht nur für die zweite Ableitung machen, also wenn F stetig differenzierbar ist, bekommen wir, dass die zweite Ableitung beschränkt ist. Sie können genau dasselbe jetzt nochmal machen und bekommen dann, wenn F zweimal stetig differenzierbar ist, dann ist entsprechend die dritte Ableitung hier vorne beschränkt. Das heißt also, Corolla ist sofort, sei Fr mal differenzierbar, dann gibt es ein C, sodass tatsächlich die R plus erste Ableitung von Y nach oben beschränkt ist im Betrag für alle Lösungen der Differenzialgleichung in KM. Wofür wir diesen seltsamen Satz brauchen, auch das werden Sie jetzt erst mal in den Beispielen sehen.